Hallo, in diesem Video werde ich das Thema Python-Listen diskutieren. Und wir haben hier schon mal zwei Listen. Eine besteht auszulichend aus Zahlen und die zweite besteht aus Zahlen und sogenannten String-Elementen oder Text. Jetzt die erste Frage ist, was sind Listen? Listen sind, eine Liste ist eigentlich eine Serie oder eine Ansammlung von Elementen. Und diese ganzen Elemente sind über eine Variable abrufbar. Natürlich könnte man jetzt jedes Element in separate Variablen setzen. Aber zum Beispiel, oder Element 1 ist dann gleich 6,3,2 und so weiter. Aber Fakt ist, und das werden wir jetzt mit diesem Video sehen, Listen bringen viel mehr Vorteile, als jetzt diese diversen Elemente in diverse Variablen zu setzen. Jetzt die erste Frage ist, wie komme ich an die diversen Elemente ran? Und machen wir mal hier eine Variable, die xy heißt. Und die ist erste Liste. Und ich will jetzt zu der 5,4,7 kommen. Das heißt, welches Element ist die 5,4,7 in erster Liste? Das wäre das Element, das fängt immer bei 0 an. Das heißt 0,1,2,3. Das heißt, das wäre Element 3. Und wenn ich dann xy ausdrücke, kriege ich dann auch das Element, 5,4,7. Element 0 wäre dann die 1,2,3. Also so kommt man an den diversen Elementen ran. Eine Liste ist auch veränderbar. Das heißt, man kann existierende Elemente verändern, indem man das so macht. Zum Beispiel, erste Liste. Element 0 ist jetzt nicht mehr die 1,2,3, sondern das ist jetzt die 8,7,4,1,2,3. Und wenn ich das speichere und laufe lasse, dann ist jetzt, sieht man, ähm, ähm, ach ja, hier habe ich mich vertippt. Du musst mal kopieren, dann haben wir es immer auf Nummer sicher. So, speichern und laufe lassen. So, und dann haben wir jetzt, das ist das erste Element. Natürlich auch, wenn man jetzt eine ganze Reihe von Elementen haben will, zum Beispiel, mich interessieren die ersten 2 oder 3 Elemente, dann kann man mit dem Doppelpunkt einen ganzen Bereich festlegen. Ich brauche die ersten 3 Elemente, also geht das von 0 bis Element 3, aber 3 wird nicht mitgenommen. Element 3 wäre die 5,4,7. Also das heißt dann 0,1,2,3. All das davor der 3 wird dann gedrückt und du musst mal speichern und laufe lassen und so sieht man, da kriege ich die ersten 3 Elemente. Okay, so kommt man an, ähm, an Elemente ran. So kann man auch Listen verändern, also existierende Elemente verändern. Wie kann man jetzt neue Elemente hinzufügen? Neue Elemente fügt man hinzu, indem man geht und sagt, ähm, mit der Append-Methode wäre eine Möglichkeit. Append zum Beispiel, erste Liste Append, ähm, sagen wir mal 4,5,6. So, und da kriegen wir dann, und tun wir mal die erste Liste mal drücken. Und dann kriegt man jetzt, sieht man, dass die Liste wurde jetzt erweitert durch die 4,5,6. Und man sieht hier, genau, die Liste hört nicht mehr auf bei 11,02, sondern die geht bis 4,5,6. Ähm, mit Append kann man auch komplette Listen hinzufügen. Nehmen wir an, ich will die zweite Liste zur ersten hinzufügen. Dann muss ich einfach, anstatt, dass man hier nur ein Wert hinzufügt, fügt man eine komplette Liste hinzu. Wenn ich da F5 mache. Und jetzt haben wir hier, was man nennt, eine verschachtelte Liste. Und das heißt, ich habe eine Liste innerhalb einer äußeren Liste. Und eine legitime Frage wäre, wie rufe ich zum Beispiel dieses Element, 115,5,6 auf. Dies ruft man folgendermaßen auf. Ich fange an und, äh, mach mal so. Wo ist jetzt, wo ist jetzt der Index der, der ersten, der inneren Liste? Der ist bei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also liegt er in Position 6. Somit haben wir jetzt die äußere Liste erreicht. Und wie erreiche ich das Element 115, äh, Punkt 5,6? Und das ist, in dieser inneren Liste ist es 0, 1, 2, 3. Also ist Element 3. Und so, man sieht dann mit verschachtelten Listen, was man dann braucht. Man braucht mehrere Indexe. Also ein Index für die äußere Liste, ein Index für die innere Liste. Und sollte es noch mehr verschachtelt sein, hat man dann natürlich da, äh, mehr Indexe. Und wenn man das speichert und laufen lässt, dann sieht man, ich komme hier auf die 115,5,6. Also man sieht hier, man kann Listen entweder erweitern mit Append oder auch existierende Elemente haben wir vorhin geändert, indem man einfach den Index dieses Element aufruft und einfach einen neuen Wert hinzufügt. Jetzt gibt es eine andere Methode und die heißt Extend. Mit Extend, was man da macht, der Unterschied zwischen Append und Extend. Bei Append sieht man hier, es wurde die gesamte Liste als einzelnes Element in der ersten Liste hinzugefügt. Mit Extend werden die einzelnen Elemente zu der ersten Liste hinzugefügt. Und da sieht man den Unterschied, ähm, tun wir das jetzt weg. Und speichern und laufen lassen. Und man sieht hier, jetzt hat man nicht mehr diese verschachtelte Liste, sondern man hat einfach die Elemente, die einzelnen Elemente der zweiten Liste, hat man einfach in der ersten Liste eingesetzt. Ja, das sind so die, 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 ne, die andere Methode, wie man so eine Liste erweitert. Man kann auch folgendermaßen vorgehen und sagen, dritte Liste. Und die ist gleich erste Liste plus zweite Liste. Und wenn ich das speichere und jetzt, ähm, mach XY als dritte Liste. Und dann die dritte Liste Druck, kriege ich eigentlich dasselbe wie vorher. Nur halt jetzt der Unterschied hier ist, hier habe ich die erste Liste erweitert mit der zweiten Liste. Also alles ist immer noch in der ersten Liste. Hier habe ich eine komplett neue Variable erzeugt, die aus beiden besteht. Okay. Gut. Ähm, machen wir mal das weg. Jetzt, ähm, es gibt zu, äh, hinzufügen, kann man auch Sachen aus Listen wegmachen. Und da sind mehrere Methoden da. Ja, eine Methode ist, fangen wir so an. Und zwar, eine Methode ist, äh, dass, dass, äh, die Funktion pop, also das heißt dritte Liste und pop. Jetzt, mit pop muss man den Index geben mit dem Element, das man entfernen will. Also zum Beispiel, ich will jetzt das Element 6, 3, 2 entfernen. Und das ist im Index 0, 1. Also, äh, Index 1. Und wenn ich jetzt, äh, das mache, dann wird man jetzt sehen, man sieht nicht mehr das Element 6, 3, 2 hier. Okay, äh, 5. Und man sieht hier, dass jetzt die 6, 3, 2 weg ist. Eine andere Methode, wie man das, äh, entfernen kann, und zwar ist mit dem Element remove, äh, sorry, mit der Funktion remove. Aber hier, wenn man mit der Funktion remove macht, dann gibt man hier nicht den Index des Elements, sondern eigentlich den Wert. Also ich will jetzt die 6, 3, 2 entfernen, dann einfach 6, 3, 2 eingeben. Und dann ist, dann haben wir hier den selben Effekt. Ähm, jetzt, wenn man das macht mit, ähm, mit dem ABC, der wird nur, weil hier haben wir zwei, ähm, wir haben hier zwei ABCs, es wird immer nur, immer der erste dieser ABCs entfernt. Also wenn wir mehrere, äh, Elemente haben, die haben alle den gleichen Wert, mit dem remove entfernt man nur das erste Element. Wenn man das jetzt laufen lässt, dann sieht man hier, dass nur ein ABC jetzt drin ist, okay? So, und wenn man jetzt, ähm, äh, die ganze Liste säubern will, also komplett leer machen will, dann ist nur ein Befehl da, und das ist 4. Und so hat man dann eine komplett leere Liste. Und 5, und da sieht man jetzt komplett leer. Ähm, so kann man auch, wenn man jetzt eine neue leere Liste erzeugen will, dann macht man das einfach so, 4. Liste, und ich will jetzt eine leere Liste erzeugen, dann einfach, einfach so, und so habe ich jetzt eine leere Liste. Und in dieser, äh, 4. Liste kann ich dann Elemente hinzufügen durch Append, und so weiter. Okay. Äh, es gibt jetzt auch mehrere Funktionen, äh, zu Listen, außer Append, Remove und Pop, und so weiter. Äh, und das wäre eine, wäre, zum Beispiel, die Funktion len, die gibt mir die Länge, oder wie, oder eigentlich die Anzahl der Elemente in der Liste. Äh, wenn man die jetzt sieht, wenn man die jetzt, äh, laufen lasst, dann sieht man, dass, äh, meine dritte Liste besteht auf 10 Elemente, und das sind eigentlich 6, oben und unten 4. Äh, äh, es gibt dann auch Min und Max, jetzt bei Min und Max muss man aufpassen, wenn ich jetzt Max gehe, ähm, dadurch, dass diese Liste, diese dritte Liste, aus denen zwei besteht, und das ist gemischt, das sind Zahlen und Text, wird die Funktion Max einen Fehler werfen, weil die Funktion Max erwartet, ähm, Elemente vom selben Typ. Und, äh, Thomas mal speichern und laufen lassen, und da sieht man, da kriegt man hier einen Fehler, weil, das sagt ja auch hier, es werden Strings und Integers zusammen gemischt. Deswegen hier, äh, jetzt, während, während ich das mit der ersten Liste mache, äh, dann habe ich da kein Problem, und ich kriege dann den maximalen Wert, das ist der größte Wert, ist die 1102, in, in der ersten Liste, und Ditto ist es für Min, erwartet auch, eine Liste mit dem selben Typ, und, wenn man die aufruft, dann kriegt man den kleinsten Wert, in der ganzen Sache. Okay, ähm, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil, oder der wichtigste Vorteil von, äh, äh, Listen, und zwar, das ist, wenn man eine Liste hat, man kann durch diese Liste eine Schleife bauen, oder man kann eine Schleife bauen, indem man durch diese Liste geht. Und zwar, wenn ich jetzt alle Elemente drucken will, äh, in beiden Listen, in dieser dritten Liste, äh, nehmen wir an, wenn das jetzt, äh, einzelne Variablen wären, nehmen wir an, ich hätte hier zum Beispiel Waffe 0, und die wäre die, äh, 1, 2, 3, und die nächste Variable wäre dann die, äh, 6, 3, 2, dann müsste ich für jede von diesen Variablen einen Druck, einen Print Statement machen, damit ich dieses Druck, bei, äh, bei, bei Listen ist es viel einfacher, man schleift einfach, und es gibt zwei Arten von schleifen, die man benutzen kann, einmal ist so, for, und dann nimmt man ein Element, zum Beispiel, ich schreibe es mal erstmal, dann erkläre ich das, ähm, so, was ich hier gemacht habe, ist, A ist ein Platzhalter für Elemente, also für jedes Element, in dritte Liste, drücke dieses Element, und wenn ich das speichere, machen wir das mal, oder kann man es auch lassen, so, äh, und F5, so, und dann habe ich jetzt alle Elemente gedruckt, die in dieser dritten Liste sind, ja, und das ist, man sieht, egal wie lang die Liste ist, es ist nur dieser Code, hätte ich jetzt alles in einzelnen Variablen, müsste ich dann so viele Print Statements machen, so wie ich Variablen habe, und das verlängert einfach den ganzen Code, und hier ist es total egal, wie lang die Liste ist, die kann auch hunderte von Elementen, aus hunderte von Elementen bestehen, das ist immer dasselbe Code. Eine andere Art, wie man durch eine Liste schleifen kann, und das ist so, man benutzt in dem Fall den Index, also I in dritte, in, jetzt, wenn man jetzt einen Index benutzt, geht man nicht in dritte Liste, sondern man geht in eine Range, und, äh, in dem Fall, was ist die Range? Die Range ist die Länge dieser Liste, also, wenn, dritte Liste, und dann druckt man die Elemente der Liste, indem man den Index I aufruft. So, das heißt, hier ist so, für Index, für den Index, I ist in dem Fall ein Platzhalter für den Index, in einer Range von, was, von 0 bis zur Länge der dritten Liste, egal wie lang sie ist, drucke jedes Element dieser dritten Liste, und die Elemente werden in dem Fall aufgerufen durch dritte Liste, und dann Index I. Und wenn man das, machen wir hier auch noch zwischendrin ein Print, dass man hier eine leere Zeile kriegt, und wenn man das jetzt aufruft, dann sieht man, hier ist das mit dem, hier, mit dem A, und hier ist das mit dem I, und man sieht hier dieselbe Resultate. Also, jetzt, meiner Erfahrung nach, habe ich, benutze ich oft diese Funktion, oder diese Art, weil, äh, in, 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 in reellen Code, meistens geht man nach den Indexen der Elemente, wenn man geht weniger nach den Elementen selber, oft weiß man nicht, was für Elemente drin sind, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Datenbank abruft, man kriegt die, 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 die Resultate dieser Datenbanken in eine Liste, oft weiß man nicht, was überhaupt da drin ist, und deswegen, äh, geht man dann, meistens benutzt man das durch, äh, Indexe. Man kann auch gewisse, gewisse Bearbeitungsschritte machen mit, mit Indexe, also nicht nur drucken, zum Beispiel jetzt, wenn jemand, ich will jetzt ein Tausender zu jeder dieser Werte hinzufügen, dann kann ich dann so machen, dass ich sage, äh, so, dritte Liste I ist gleich zum Beispiel dritte Liste I mal zwei, und dann kann man hier die ganze Liste, äh, machen wir es lieber die erste Liste, weil die dritte Liste besteht aus Text auch, da kriegen wir eine bestimmte Fehlermeldung, so, und machen wir es so, so, und dann hier erste Liste, und da sieht man, jetzt habe ich alle Elemente in der ersten Liste mit zwei multipliziert, wenn man das jetzt laufer lässt, dann kriegt man hier, sieht man jetzt hier, die Liste wurde jetzt mit zwei multipliziert, also deswegen mit Listen, das ist der große Vorteil von Listen, man kann durch die Listen schleifen, natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es muss eine gewisse Beziehung da sein, zwischen den Elementen in der Liste, man kann nicht einfach, oder man sollte einfach nicht, äh, keine Ahnung, so, irgendwelche Elemente hinzufügen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, weil die dann zu finden und abzurufen, wäre dann ein großes Problem. Vielen Dank.